Die Fußballschule von Michael Rummenigge kommt im Sommer für sieben Trainingscamps nach Sylt. Dort können fußballbegeisterte Jungen und Mädchen bei erfahrenen Fußballlehrern ihre Fähigkeiten verbessern und die richtige Technik mit dem Ball erlernen. Diesmal sind neben Michael Rummenigge Holger W. Lager, Michael Lusch, André Gohlke, Christian Sackiewicz und Frank Benatelli mit von der Partie. Die Einteilung der jeweiligen Trainingsgruppen erfolgt nach Alter, sodass alle Kids optimal gefördert werden können. Also Jungs und Mädels, wenn ihr ab 6 und bis 15 Jahren alt seid, könnt ihr euch anmelden. Neben jeder Menge Spaß beim Training gibt es eine komplette Ausrüstung, Trikots, Stutzen und Shorts von Adidas, Pokale, Urkunden und klar Autogramme. Das Anmeldeformular findet ihr unter www.fußball-schule.de Sylt TV verlost Teilnahmeplätze für die Camps. Auf unserer Homepage findet ihr die Infos dazu.